willkommen zur 200 nacht in folge so gute volle volle ist stückelgut gute volle die fabrik überall güter textilien garten sind räubern ist stückelgut güter textilien die 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 Glutabacorn Glutabax Landwirtschaftliche Güter Güter Lachs Okay, dann ist das auch erledigt. Lachs 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 Glutabax Emoria Was ist hier kaputt? 537, 532. Die Güterschruttkarten sind halber. Güterschrutt. 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 Red Rabbit. Ziemale Wartezeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich bin schon wundervoll, wieso bin ich zu öl gekommen ich bin schon wundervoll, 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 wundervoll. Ich bin schon wundervoll, 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 wundervoll. Orgrim 2 ist immer noch mit Abstand. Das ist tatsächlich der hier unten. Ich bin schon wundervoll. Ich bin schon wundervoll. Ich bin schon wundervoll. Wundervolle. Und auf Wolle. Wie sieht das hier mit Wolle aus? Könnte unter Umständen bald wiederkommen. Ich bin schon wundervoll. 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 Zehn. Textil Übergabe werft. Textil Übergabe hooray uste Stikumtag digo Hallo Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie kriegen wir das am besten rüber? Wie kriegen wir das am besten? Jetzt halt nur, wenn ich den jetzt hier hochziehe. Dann würde ich ganz gerne nicht ungern machen. Wir könnten den hier hochziehen, könnten den auch die Linie anschließen. Aber was haben wir hier drauf? Das können wir nicht machen, weil das ist eine Personenlinie. Das heißt, das ist auch eine Personenlinie. Ach, das sind eine Personenlinie. Das ist das dritte Gleis. Das heißt, wenn, dann müssten wir den tatsächlich auf das Gleis hier hochziehen. Und da hätte ich nur die scharf schon das Kohlebergwerk. Gut, das wäre ja grundsätzlich eigentlich erstmal kein Problem. Dann würden von der Linie auf jeden Fall... Da würde auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Kohle runterkommen. Jetzt ist das unterirdisch. Und da würde auf jeden Fall noch ein bisschen hochziehen. Und der wäre dann noch den... Ja, natürlich. Und da würde ich... Und da würde ich fährst. 37.000 Tonnen noch. Das ist ja auch der Wahnsinn. Das ist ja auch der absolute Wahnsinn. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1 Acht. Zwischenwege weglassen. 6 und wir sind noch hier bauen jetzt aber leider ist wieder nichts ich bedanke mich fürs zuschauen